Antenne Vorarlberg Hi, hier ist Vorarlberg Reporter David Kieber. Ich stehe hier am Gollm, am Berg, mitten im Wald. Und da, wo jetzt noch Wald ist, da wird bald ein Rutschenpark entstehen. Da kann man auf über 500 Höhenmetern runterrutschen und über sieben Rutschen da benutzen. Projektleiter Hermann Wachter, wir sind hier auf die Idee gekommen. Ja, wir sind immer auf der Suche nach Produkten und Ideen, die zu uns am Gollm passen. Und letztes Jahr haben wir da ein Gremium, eine Sitzung gemacht und dann ist die Idee entstanden. Und dann haben wir in Salzburg so ein ähnliches Projekt mal begutachtet. Und dann sind wir draufgekommen, der passt zu uns. Und dann ist mir auch das Projekt eingegangen und in kürzester Zeit haben wir es umsetzen können. Die Rutschen sind circa 80 Meter lang, das heißt man rutscht und steigt dann auf die nächste Rutsche um. Und muss man da dazwischen auch noch ein bisschen gehen? Genau, das ist eine Kombination zwischen Wandern und Rutschen. Damit will man natürlich auch die Familien dazu animieren, ein bisschen ins Laufen zu gehen, ins Wandern zu kommen. Und das kann man natürlich den Kindern besser verkaufen, wenn man sagen kann, wir können da ein bisschen rutschen gehen. Und ein bisschen rutschen ist gut gesagt, eben die kürzeste Rutsche ist 30 Meter und die längste ist 80 Meter. Dürfen Erwachsene auch rutschen? Ja, natürlich. Also es gibt da nach oben hin kein Limit, wer sich traut, darf rutschen. Und die, die sich nicht trauen, können seitlich auch vorbeigehen. Es wird ein neuer Wanderweg angelegt, neben den Rutschbahnen. Das wird frei entschieden, wer rutschen darf und wer will und wer nicht. Ich freue mich drauf, im September eröffnet der Rutschenpark und da können sich dann auch die Erwachsene wieder fühlen, wie Kinder auf dem Spielplatz.